Ja, hallo Leute, ich bin jetzt hier live im Camp, ist jetzt gleich, äh, gleich ist 18 Uhr, bin jetzt live im Camp, äh, in Frankfurt. Ich sehe hier einiges an Nervosität, auch an Angst und an Befürchtungen. Und was ich übrigens nicht sehe, ist irgendeine Aggression oder Aggressivität oder Rohrbombenbau oder ähnlicher Unsinn, den die Bild-Zeitung geschmiert hat. Ähm, ich, äh, freue mich, dass schon etliche Leute hier sind. Es dürfen aber gern noch viel mehr sein. Kommt vorbei, heute noch am besten. Oder spätestens morgen früh um 7 Uhr oder um 8 Uhr spätestens. Äh, ich habe schon einige, äh, äh, Rosen und Blumen verteilt, an die Kollegen vom HR, die hier, äh, berichten, die berichten, äh, objektklimaneutraler als die, äh, Bild-Zeitung. Und habe, äh, auch an die Wachleute in den Gebäuden, äh, äh, habe ich, ähm, habe ich, ähm, einige Rosen, äh, verteilt, als Zeichen unseres, äh, guten Willens. Äh, äh, und, äh, und, äh, als Zeichen unserer Friedfertigkeit. Ich bitte euch, äh, äh, kommt vor Mai, äh, unterstützt die Sache. Und, äh, ich hoffe, ich kriege das Video jetzt mit, mit der Technik hier rauf. Alles Gute! Und, äh, ich hoffe, ich würde euch, äh, 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 äh. Vielen Dank.